Hallo meine lieben Freunde, ich habe euch schon mal ein Video mit dieser riesigen Puppe gezeigt aus der Familie Bonbon für diesen süßen Häschen. Und er ist sehr glücklich deshalb. Und ich denke es wäre cool noch ein Tierchen glücklich zu machen. Und was denkt ihr wen? Natürlich den Hund DJK9. Und wie sollen wir das machen? Deshalb brauchen wir ganz genau so eine riesige Überraschungskugel mit der großen Schwester drin. Und diese Überraschungskugel ist einfach nur riesig. So riesig. Und der heißt Ohlala Baby Surprise mit der großen Schwester drin. Und zusätzlich ist noch Make-up drin. Bonbon haben wir schon. Es bleibt uns nur noch Kitty Queen zu finden. Und hier macht man es auf. Fangen wir an. Es wäre cool wenn sich etwas unter dieser Folie schon verstecken würde. Aber leider ist es nicht so. Und wir machen weiter mit dem Auspacken. LOL Surprise. Dieses Mal ist die Kugel dunkelrosa. Mit einem blauen Griff. Und der Boden ist heller rosa. Und Hühnchen bist du bereit? Wuh, wuh. DJK9 ist bereit. Also machen wir auf. Oh diese Tasche ist ja noch cooler. Und sie riecht nach frischer Farbe. Dieses Täschchen ist für ein elegantes Mädchen. Und dieses eher fürs coole Mädchen. Die gerne Musik hört. Schaut mal auf der Kassette steht MC Swag. Und wenn ihr das noch nicht wisst, ist das die größere Ausgabe von dieser Minitasche. Von dem Mädchen DJ. Schaut mal wie klein die Tasche ist im Vergleich zu dieser riesigen Tasche. Genau wie auch bei dieser Tasche. Das ist die große Version. Und hier haben wir sie in Miniatur. Und jetzt interessiert mich sehr, wie die Puppe selber aussieht. Holen sie raus. Oh schaut mal Freunde. Die ist ja total niedlich. Sie hat wunderschöne große Augen. Ihre Unterhose hat die goldene Farbe. Ihr Haar ist hell lila. Und die Lippen rosa. Hier haben wir die Miniaturversion der Schwester DJ. Und hier die riesige Version. Überraschungstütchen, Überraschungstütchen. Genau. Und in der Tasche hat sie noch Überraschungstütchen drinnen. Hm, ich hab nichts. Und in der Miniversion befindet sich in der Tasche überhaupt nichts. Die Tasche ist leer. Aber dafür in der großen. Schauen wir mal, was sich drinnen befindet. Das ist eine große Überraschungstüte. Machen wir auf. Eine riesengroße Tasse mit Glitzer drinnen. Schaut mal, goldene und schwarze Sternchen. So hübsch. Jetzt müssen wir unsere kleine Schwester füttern. So. Sie hat alles aufgegessen. Schaut mal, die ganzen Glitzer sind weg. Und so heißt es, sie hat alles aufgegessen. Aber wir haben ein Geheimnis. Wenn wir die Tasche umdrehen, so erscheinen wieder die ganzen Glitzer. Noch, noch, ich möchte noch. Und so können wir sie nochmals füttern. Schaut mal, und so verschwindet wieder alles. Du hast es super gemacht. Oh, wo klettert denn jetzt die kleine Schwester hin? Überraschungen, Überraschungen, noch Überraschungen. Ja, lass uns schauen, was wir hier noch für Überraschungen haben. Jetzt mache ich die zweite Überraschungstüte auf. Und hier haben wir eine Sonnenbrille. Und auf dem Glas sind noch Glitzer drauf. Und die Brille kann nicht nur die Puppe anziehen, sondern auch ihr. So. Und ich befestige noch die Brille, damit sie nicht runterfällt. Total cool schaut sie jetzt aus. Und auch die Tasche könnt ihr selber benutzen. Und meine Tasche? Und in deine Tasche kann man vielleicht Münzen hinlegen. Schauen wir mal, was wir noch für Überraschungen hier haben. Noch ein Geldschein. Und hier haben wir ein Handy. Hier drinnen ist ein Apfel drauf gezeichnet. Und in Wirklichkeit ist es ein Behälter mit Lidschatten drinnen. Und der Glas ist hier nicht zerbrochen. Das wurde extra so gemacht. Machen wir den auf. Und schauen mal. Hier haben wir den lilanden Lidschatten. Hier den weißen. Hier gelb. Und hier dunkellila. Eure Eltern werden denken, ihr habt hier ein Spielzeughandy. Aber in Wirklichkeit habt ihr hier Lidschatten drinnen. Schauen wir mal, was DJ in ihrem Handy hat. Hier hat sie 123 ungelesene Nachrichten. Nachrichten. Freitag der 13. Hier macht sie Musik. Hier sind ihre Lieblingsglieder drauf. Und wenn man das Handy mit dem Handy von Bonbon vergleicht, er unterscheidet sich ein wenig. Freunde, wenn ihr die Unterschiede seht, so schreibt sie mir in die Kommentare. Und hier habe ich noch eine letzte Überraschung drinnen. Eine kleine Überraschungstüte. In der sich ein Schnuller befindet. Mit einer Kette. Und in Wirklichkeit ist es ein Lippenstift. Ich mache sie auf. Und hier drauf steht DJ. Hier steht Bass, Treble. Man kann die Musik lauter oder leiser machen. Einfach nur cool. Jetzt schauen wir mal den Lippenstift an. Oh, der Lippenstift sieht blau aus. Aber wenn ich den auftrage, so ist die Farbe eigentlich rosa. Also das ist ein rosener Lippenstift. Mit etwas Glitzer drinnen. Mache sie zu. Drehe sie. Und mache hier den kleinen Schnuller rein. Drehe ihn auch, damit es nicht rausfällt. Und diese Schnuller wurde extra für DJ gemacht. Und damit sie sie nicht verliert, muss man sie an diese Kette hängen. Und mache zu. Und das war's. Noch haben wir in der Tasche noch einen Beipackzettel. Noch bleibt uns Lil Kitty Queen zu finden. Ich lege ihr Handy in die Tasche. Ihr zauberhaften Trinkbecher. Ihren Lippenstift. Ihre Sonnenbrille legen wir auch in die Tasche. Lass uns den Hühnchen DJ K9 und die kleine Schwester ihre ganze Familie kennenlernen. Wollt ihr sehen, wie ihre ganze Familie aussieht? Der kleine Welpe. DJ K9. Wuff. Schwester DJ. Die große Schwester. Hallo. Kleines Kätzchen mit einer goldenen Kette. Ein kleines Schätzchen. Er ist sehr klein. Noch ein Baby. Und noch kleiner. Ein Hamster mit einem goldenen Schnuller. Und der gehört auch zu der DJ Familie. Noch gehören sehr viele Accessoires dazu. Ein kleines Trinkbecher. Eine goldene Brille. Eine Schaufel für die Katze. Für den Hasen. Und für den Welpen. Eine Krone. Und ein goldenes Taco. Und das alles gehört zu der Familie DJ. Und hier haben wir die Familie von Bonbon und die Familie DJ. Und wenn ihr wollt, dass ich euch noch die Familie von Kitty Quinn zeige, so drückt ein Like und schreibt es mir in die Kommentare. Und ciao. Bye, bye.